Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung von One Life, einem neuen Drama mit Anthony Hopkins, das am 28. März in den deutschen Kinos startet. Ich bin es, du, ich darf das heute moderieren und bei mir sind so unter anderem der Manuel. Hallo Manuel! Ja, hallo in die Runde. Und der Dom ist auch dabei, hallo Dom! Moin Moin! One Life basiert auf einer wahren Geschichte, es ist also ein Based on a True Story Drama, als gäbe es davon nicht genug. Es ist tatsächlich eine Geschichte, die mir bereits bekannt war. Kantet ihr sie schon? Dominik, wie sieht es bei dir aus? Ich kannte es so ein bisschen vom Hörensagen, allerdings nicht wirklich so den Namen desjenigen welchen, aber ja, es war mir schon ein bisschen was bekannt davon. Wie geht es bei dir aus, Manuel? Mir tatsächlich nicht. Ich bin jetzt gerade überrascht, dass du das so droppst. Also ich habe davon noch nichts gehört gehabt vorher. Okay. Ich habe das halt irgendwann mal gesehen in so einer Sendung, wo es darum geht, die besondersten TV-Momente der Welt oder so. Da wurde das halt mal präsentiert. Ah, okay. Deswegen, daher kannte ich das. Also ich bin jetzt auch kein Experte, was die Geschichte angeht. Und welche Geschichte es genau ist, das werden wir jetzt erklären. Nämlich der Manuel kann uns mal sagen, worum geht es in One Life? Aber gerne doch, lieber Stu. Ja, wir befinden uns im Grunde leider kurz vorm Zweiten Weltkrieg im 19. Jahr 1938 und der damals noch junge Nicholas Winton ist ein, ja, ich sag mal gut situierter Börsenmakler und lebt in London und besucht die Tschechoslowakei. Und in Prag sieht er dann in einem Flüchtlingsunterkunft, sag ich jetzt mal, sehr viele Familien, die eben vor dem Naziregime, vor dem aufstrebenden Naziregime geflohen sind aus Deutschland und Österreich und dort eben Unterkunft suchen. Und die Lage der Menschen dort lässt ihn im Grunde nicht mehr los. Und er wurde von seiner Mutter damals, die auch Immigrantin war nach London, auch so erzogen, dass er halt versuchen soll zu helfen und zurückzugeben. Und so aus twister Überzeugung fasste er halt den Entschluss, dass er einfach den Menschen da helfen möchte. Und da das alles nicht so ganz einfach ist und der viele bürokratische Hürden überwinden muss, was er dann mithilfe von anderen Menschen tut, schafft er es dann, bis im Grunde die Grenzen schließen. Und der Krieg startet eben sehr viele Kinder aus der Tschechoslowakei nach England zu überführen und dort eben mit Spendengeldern und Pflegeeltern eben denen ein Leben zu ermöglichen. Und dann gibt es gleichzeitig so eine zweite Zeit eben, die dann 50 Jahre später spielt, in der wir dann eben den älteren Niklas Winton begleiten und wie er sich so an die Zeit von damals erinnert, auch immer so ein bisschen wieder struggelt. Da kommen wir vielleicht gleich noch und dann auch so ein, er hat eben ein Buch mit Aufzeichnung, wo er alle Namen und Fotos und so weiter festgehalten hat von den Kindern, die er überführt oder gerettet hat. Und geht mit dem eben so langsam an die Öffentlichkeit, auch wenn er sich damit irgendwie nicht so richtig wohl fühlt. Aber das ist im Grunde so die beiden Ebenen, auf denen der Film agiert. Ja, vielen Dank. Es ist also, kann man sagen, die Geschichte eines stillen Heldens, dieses mittlerweile, mittlerweile ist er verstorben, aber Sir Nicholas Winton hat 669 Kinder aus dem Prager Ghetto gerettet. Und hier vielleicht nach draußen gesagt, wenn ihr wirklich absolut nichts weiter wissen wollt, weil ich glaube, wir werden hier auch Sachen ansprechen, die im Jahre 88 dann passieren, rund um Nicholas Winton. Dann solltet ihr jetzt hier vielleicht einfach mal einen Cut machen, euch den Film angucken und kommt dann später zu unserer Besprechung zurück. Ich persönlich finde aber, ihr macht euch nichts kaputt, wenn ihr jetzt auch erfahrt, was 88 passiert ist. Wie gesagt, ich wusste das vor, ich finde, das ist auch eine relativ bekannte Geschichte. Außer man heißt Manuel. Ich würde auch sagen, es ist jetzt, wenn wir dann gleich darüber reden, nicht der größte Spoiler. Ich kann das ja nicht, kann ja dann quasi für unser Publikum sprechen, sage ich jetzt einfach mal, dass es auch nicht weiß. Und das ist jetzt dann nicht so die Überraschung gewesen, was dann passiert. Also es ergibt sich dann ja schon, wenn man ein bisschen aufmerksam schaut, dann weiß man schon, okay, darauf läuft es wahrscheinlich dann jetzt hinaus. Ich für meinen Teil war aber tatsächlich bei einer Sache ein bisschen überrascht. Ich hatte mir so einen halben Trailer angesehen und so ein paar Promotion-Materialien und ich dachte halt wirklich, das ist so eine One-Man-Anthony-Hopkins-Show. Aber du hast ja schon gesagt, Manuel, der Film spielt auf zwei Ebenen, nämlich einmal 1938 und einmal 50 Jahre später und sei mir ehrlich, Andy Hopkins ist ein toller Schauspieler, aber es dürfte für ihn schwierig werden, den Mitte-20-jährigen Nicholas Winton zu spielen. Das übernimmt tatsächlich Johnny Flynn und ich wusste aber nicht, dass der Film auch wirklich große Teile in der Vergangenheit spielt. Dominik, wusstest du das und wenn ja, wie hat dir das gefallen? Mir ging es tatsächlich genauso und ich war sogar erst in der ersten Hälfte ein wenig enttäuscht, weil, ja gut, muss ich mich hier noch outen, ich bin wirklich, ich bin riesiger Anthony Hopkins-Fan. Ich habe wirklich nahezu alles mit ihm gesehen. The Father habe ich hier auch damals besprochen und also natürlich das Thema hat mich auch interessiert, keine Frage und ich wusste auch schon ein bisschen was darüber. Aber ich wusste nicht, dass Anthony Hopkins gerade eben in der ersten Filmhälfte doch fast ein wenig zu kurz kommt. Ich muss aber sagen, der von dir gerade erwähnte Johnny Flynn hat einen wirklich guten Job gemacht und sie haben es auch wirklich gut angestellt, ihn als jungen Hopkins zu dekorieren, sag ich mal. Also, wenn man den so sieht auf Bildern und dann Anthony Hopkins sich dann auch mal ins Gedächtnis ruft aus älteren Filmen. Also, ja gut, viele kennen Anthony Hopkins halt nur in einem gewissen Alter, der hatte ja auch erst mit so 50 seinen Durchbruch mit Schweigen ja Lämmer. Aber es gibt ja auch noch ältere Sachen von ihm und ich muss sagen, ich habe mich bei Johnny Flynn wirklich sehr oft, also vom Gesicht her, aber im Originalton versucht er auch sogar wirklich den Sprachduktus von Hopkins wirklich schon nicht zu imitieren, sondern zu übernehmen und gleichzeitig selber was beizugeben. Und da muss ich sagen, Props an das Casting, das fand ich richtig, richtig großartig. Man konnte sich den wirklich als jüngere Ausgabe vorstellen oder stehe ich damit allein da? Also, für mich gehst du da, wow, ganz schön tief in die Analyse. Ich muss sagen, es ging mir so ein bisschen auch so wie euch am Anfang. Also, es ist ja irgendwie, ich habe den Film gestartet im Kino und dann fragt man sich, okay, wie machen sie denn das jetzt? Also, er erzählt ja eine Geschichte jetzt 50 Jahre später erstmal, aber es ist ja klar, dass es irgendwie ja gezeigt werden muss, was ist denn passiert und wie hat er das geschafft, was er gemacht hat. Und dann war es ja doch recht schnell klar, dass dann sehr viel auch in der Vergangenheit spielt, was dann, war dann okay, aber man hatte schon erstmal so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man, wie du schon sagtest, du ja, die Promotion war ja schon ganz klar mit Anthony Hopkins und so. Aber ich hatte absolut doch gar kein Problem, ich fand, also mit Johnny Flynn jetzt, ich fand das auch super geschauspielert, die, ja, die krassen Beziehungen jetzt zum, zu dem jungen Hopkins, da weißt du jetzt, glaube ich, mehr als ich. Ja, ja, aber das fand ich tatsächlich sehr schön, ja. Ja, ich finde auch, also, dieser Johnny Flynn macht da eine gute Sache. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe ihn gar nicht mehr so vor Augen, wie er jetzt aussah, aber es war halt einfach, der alte Winton hat eine Brille getragen, der junge Winton hat eine Brille getragen. Ja, aber auch so. Wenn wir dann zurückkehren zu ihm und auch, er hat so eine gewisse Stoik, aber keine, keine Stoik, die irgendwie aneckt, sondern der ist so in sich gekehrt. Also der, ich würde sagen, eine sehr introvertierte Persönlichkeit und das muss man ja auch mal sagen, der hatte halt 50 Jahre lang, nachdem er das da, also diese Leute gerettet hat, er hat nichts darüber gesagt. Und das ist ja auch schon eine Leistung, weil ich glaube, der hatte, ja, Problem muss schon danach sagen, übrigens, ich habe die Leute hier gerettet, aber er war ja wirklich ein, wie ich schon sagte, ein stiller Held. Und der Film ist sehr daran interessiert, halt diesen Nicholas Winton ein Denkmal zu errichten, was er auch mehr als verdient hat. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass er so als britischer Oskar Schindler bezeichnet wird. Was er nicht mag oder nicht mochte. Ja, ich finde diese, ich finde diese Vergleiche auch immer ein bisschen, ein bisschen deppert. Ich meine, beides sind wichtige Menschen, beide haben halt Leben gerettet und ich weiß nicht, wenn du sowas sagst, dann, ich, automatisch wirkt das immer so eine Art Wettkampf. Ja, 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 das finde ich unrecht. Ja, muss ich, finde ich, das ist auch nicht so, so passend. Ich muss sagen, der Film hat mich durchaus auch bewegt, er hat ein paar bewegende Szenen, er ist aber nicht so krass. Also es gibt Szenen, gerade wenn es darum geht, dass die Leute halt flüchten oder dass sie den Zug erwischen müssen. Ja, Pendler wissen, was ich meine. Ist das schon, schon intensiv gedreht, aber ich finde, man merkt schon, dass, ohne es böse zu sagen, One Life eher für ein Publikum ist, was jetzt auch nicht so sehr gefordert werden möchte. Ich versuche es mal so diplomatisch auszudrücken, eben nur möglich. Wie ist dir die Inszenierung aufgefallen, Manuel? Ja, da gehe ich mit und also zum einen nicht gefordert und ich würde auch sagen, es ist schon, man war jetzt am Ende dann einfach schon beeindruckt von der Leistung, die da einfach jemand gebracht hat. Aber es war jetzt sicherlich kein Film, der nochmal so die Schreckhaftigkeit auch von einem Nazi-Regime aufgezeigt hat, fand ich. Also da muss man sich wahrscheinlich dann in Kürze oder hat man jetzt schon gesehen, Son of Interest oder eben Schindlers List, wo das auch deutlicher ist oder was auch immer andere Filme. Das würde ich sagen, macht der Film jetzt hier nicht unbedingt so stark. Am Anfang, wenn er so durch das Flüchtlingslager läuft und ja, die Zugreisen so ein bisschen, wo sie dann auch von Soldaten so ein bisschen mal bedrängt werden. Aber das war schon alles relativ, in Anführungszeichen, gediegen, aber ist auch vielleicht okay. Der Film erfindet jetzt in vielerlei Hinsicht das Rad nicht gerade neu. Der ist, würde ich sagen, also als wir aus dem Kino kamen, war so mein erster Gedanke, ja, der ist in seiner Komfortzone. Dieser Art von Film funktioniert er, er ist gut gespielt. Auch wenn ich sagen muss, der Cast kann sich ja auch relativ sehen lassen, also jetzt auch abseits von Johnny Flynn und Anthony Hopkins, da sind ja auch hier Helena Bonham Carter, Lena Ohlin und Jonathan Price. Da war ich allerdings doch ein bisschen ernüchtert, also insbesondere Jonathan Price, mit dem Anthony Hopkins ja auch schon gespielt hat, in die zwei Päpste. Und hier saßen sie sich auch in einer Dialogszene gegenüber, aber das ist es eben eine Dialogszene. Also da war ich schon ein bisschen, da war ich ein bisschen ernüchtert und Helena Bonham Carter hat eigentlich auch eher nur so eine Stichwortgeberrolle, was für mich allerdings... Ah, sie hat ja schon ein bisschen mehr Präsenz, würde ich sagen. Ja, schon mehr, also mehr als eine Szene. Ja, ich würde sogar sagen, dass sie mit die größte Nebenrolle hat, zumindest in der ersten Hinsicht, und ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass sie dann so, ich sag mal so lieblos, dann einfach so aus dem Film herausgeschrieben wurde. Also sie ist dann halt einfach tot, ist klar, weil sie halt eben die Mutter von Nicholas Swinton ist. Aber ich fand es ja am Anfang dann doch so wichtig, dass ich der Figur zumindest eine Art letzten Gruß noch gewünscht hätte, wenn ich ehrlich bin. Ich fand das ein bisschen schade, dass sie dann am Ende einfach gar nicht mehr so wirklich vorkam. Sie wird ja nochmal erwähnt, ja, das war meine Mutter und gut ist. Aber sowieso ganz viele dieser Nebenfiguren, wo der Film immer vorgibt, ja, die waren unglaublich wichtig, gerade diese Mitarbeiterinnen, die ja dann am Ende auch nochmal bei den Texttafeln erwähnt werden, wo ich aber nie das Gefühl hatte, dass der Film es wirklich schafft, ihre Wichtigkeiten mir wirklich richtig gut darzustellen. Ja, ich glaube, also hier zum Beispiel Doreen und Betty, glaube ich, und die beiden und auch der, war Martin jetzt eigentlich der andere aus dem, der auch da jung war? Das habe ich nicht so ganz verstanden, muss ich sagen. Aber da gebe ich dir recht, also die waren schon dann relativ, sie waren da und haben natürlich ihre wichtigen Aufgaben und so erfüllt, aber der Fokus war schon auf der Rolle von Niklas Winton. Trotz allem finde ich, dass die Darsteller an sich machen einen guten Job. Ich würde tatsächlich mehr sagen, dass das Drehbuch manchmal da halt ein paar seine Federchen macht, aber ja, das ist alles ein, narrativ ist es eine runde Sache. Das ist wie gesagt, das ist kein Film, der einen fordert, das ist ein Film, der einen so ein bisschen auch bedrückt, was ist auch richtig so, weil die Geschichte ist einfach nicht schön, also schön in Anführungszeichen. Aber ich für meinen ganz individuellen, subjektiven Geschmack finde es immer ganz gut, wenn solche Filme auch ein bisschen wehtun und ich glaube, wehtun tut der jetzt eher nicht. Nee, der ist in der Hinsicht, ja gut, man könnte es jetzt ganz böse formulieren, dass der irgendwo fast ein bisschen gefällig ist, also der hat jetzt auch nicht die wahnsinnige Tiefe, also wir erfahren zum Beispiel über Niklas Winton gar nicht mal so wahnsinnig viel. Also klar, das, was man Hopkins zum Spielen gibt, das füllt ja auch aus. Ich muss auch sagen, dass ich diesen ganzen Bogen auch ganz, ganz gut fand, also wie das emotional aufgespannt wurde, dass er eben nach 50 Jahren da so ein bisschen klar Schiff macht in seinen Aktenbergen und dann dabei auf diese Tasche stößt und das dann alles wieder hochkommt. Und das ist ja auch zu einem Zeitpunkt, wo dann irgendwie, ja, 50 Jahre nach Ausbruch des Krieges ist das ja dann mehr oder weniger der Zeitsprung. Und das fand ich schon alles ganz okay, also auch wie, wie, ja, so ein bisschen sein emotionales Dilemma auch durchkommt, dass er zum einen zwar, ja, relativ bescheiden ist, ne, auch so ein bisschen kauzig mitunter, aber nicht zu viel. Zum anderen, dass er aber immer noch so, also dass selbst nach Jahrzehnten immer noch so ein gewisses Schuldgefühl fast an ihm nagt von wegen, ja, ich hätte ja mehr retten können, ne. Und da hat er mich tatsächlich auch mitunter ein bisschen, ja, ich weiß, der Vergleich ist immer gefällig, aber das hat schon was von Schindler. Auch bevor ich den Film gesehen hatte, hatte ich ja auch zu euch in der Discord-Gruppe gemeint, der Film hat ja sogar dieselbe Tagline wie Schindlers Liste, ne. Also dieses, äh, dieses Zitat aus dem, aus dem Talmud, äh, also, äh, jüdischer Tora oder jüdischen Glaubensschriften, äh, dieses, äh, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt und daher kommt ja auch der Titel, ne. Also das Marketing rückt den Film schon relativ so in die Nähe und es gibt ja auch vergleichbare, äh, äh, Elemente. Dennoch, äh, ist das, also das ist ein schon sehr anderes Werk als Schindlers Liste und auch ein, ja gut, Schindlers Liste, ich weiß, du, du bist da jetzt auch nicht der größte Freund von, ähm, aber, äh, also fordernd ist der hier nicht, ähm, das ist für sich genommen auch okay, denke ich. Gediegen hatte, glaube ich, einer von euch gerade eben verwendet. Ich glaube, das trifft mit am besten auf den zu. Ja, ich glaube, für, für das, was er sein will, denke ich, ist es auch in Ordnung von, würde ich sagen, ne. Ja, 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 ja. Also, ähm, ich muss jetzt nicht aus jedem Film super deprimiert rauskommen und es ist auch einfach schön, weil, das ist, doch, okay. Äh, äh, schöne Geschichte über eine Person zu erfahren, die einfach, ja, bewegend und beeindruckend ist und jetzt nicht auch noch, äh, gleichzeitig irgendwie mit dem Holzhammer, oder nicht mit dem Holzhammer, nochmal irgendwie runtergedrückt werden, fand ich jetzt ehrlich gesagt okay. Okay, äh, das ist ein gutes Stichwort Holzhammer, ähm, es gibt eine Sache, die ich dem Film wirklich ankreiden möchte und das ist sogar eine Sache, die ich sonst nie irgendwie, äh, in Kritiken einfüge, weil ich, weil es mir meistens nicht auffällt, nämlich die Filmmusik, äh, die hat, äh, Volker Bertelmann gemacht, der hat einen Oscar bekommen für im Westen nichts Neues, ein Score, der mir auch aufgefallen ist, aber ein Positiven. Mhm. Ja, den ich wirklich so penetrant und aufgesetzt fand, also wenn ich wirklich einen richtigen Kritikpunkt habe, wo ich wirklich sage, Leute, das fand ich wirklich scheiße, dann ist es wirklich der Score, der war mir zu dick aufgetragen und ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Tränendrüsen gesagt haben, also wir könnten ja, aber wir wollen nicht, nee, auf Befehl machen wir es schon mal gar nicht. Ja, ich lasse mir gar nichts sagen. Genau. Ja, das ist aber auch so ein bisschen immer das Problem bei dieser Art von Film, äh, jetzt auch im Hinblick darauf, welches Publikum die jetzt erreichen und da muss man leider sagen, ja, es ist schön, dass solche Filme noch gemacht werden, auch richtig und wichtig, äh, aber, ja, irgendwo erreichen sie halt ein Publikum, äh, was eigentlich schon generell empfänglich ist für solche Stoffe und dann letzten Endes auch was sieht, äh, was irgendwo auch erwartbar ist und dass es, dass es eigentlich schade, weil, äh, ich muss dazu sagen, ähm, er hat mich im Kino, äh, in einer Hinsicht tatsächlich zum Nachdenken angeregt und zwar eben, äh, die Tatsache, dass es da ums Sudetenland geht und, äh, da ist es ja auch so, also, dass kurz vor, äh, Beginn des, äh, Zweiten Weltkrieges, der ja mit dem Überfall auf Polen, äh, offiziell seinen Anfang nahm, äh, dass dort eben das Sudetenland von Hitler eingenommen wurde und dann hieß es auch so, ja, komm, also der, der holt sich jetzt so das Sudetenland und schneidet sich ein großes Stück ab, und dann gibt der auch Ruhe, ne, und wenn man jetzt überlegt, äh, äh, in was für einer Zeit wir aktuell leben und welche Parallelen dann man da durchaus zu anderen, äh, Gegebenheiten momentan sehen kann, dann, äh, also ich, ich weiß nicht, ob ihr, ihr könnt mir, glaub ich, relativ folgen, oder? Ja, okay, denke, also nicht, nicht, dass ich mich jetzt hier völlig verquatsche, noch nicht, wo du hin willst, aber, ja, äh, also in, insofern, dass, äh, äh, ja, sich Geschichte auch irgendwie ein Stück weit immer wiederholt, ne, also, ja, äh, also ich musste da sehr oft dran denken und hab auch mit, äh, Kollegen nach der PV da drüber gesprochen und dann kam man eben auch eher auf, ja, heutige Gegebenheiten zu sprechen, ne. Aber jetzt nochmal die, was mich interessiert, äh, wie seht ihr denn jetzt die Musik des Films? Bin ich der Einzige hier in der Runde, der sagt, diese Musik war unausstehlich, oder, äh, sagst du jetzt lieber Manuel? Ja, du stehst leider, du stehst leider ganz alleine, tut mir leid, ne, ich hab, ähm, gerade in der Vorbereitung auch gelesen, dass, äh, Volker Bertel mal die Musik gemacht hat, der eben auch, wie du schon sagtest, im Westen nichts Neues gemacht hat, den ich wirklich absolut fantastisch finde. Ja, ich auch, ja. Ähm, und dann hab ich mir gedacht, warte mal, da war Filmmusik, so, ich hab gar keine Erinnerung an die Filmmusik und jetzt, wo du's aber sagst, ist es so, ja, okay, es ist was, wirklich so einfach, die Musik, die genau dem Zuschauer sagen sollte, in jeder Szene, okay, jetzt bist du traurig, jetzt ist gerade Happy, gerade auch am Ende mit der, ähm, in der, in der TV-Show dann, ähm, das war schon alles relativ kitschig, was die Musik angeht, so, aber die ist mir jetzt nicht so, ich bin da nicht so anfällig, dass mir das jetzt übertrieben nervig auffällt, aber ich kann schon verstehen, was du meinst. Also ich, ich, was es halt, also, Entschuldigung, was es halt für mich so auffällig macht, und das kann Dominik bestätigen, ich bin normalerweise bei unseren Besprechungen immer derjenige, der, wenn er nach der Musik gefragt wird, immer so da steht und sagt, Ja, war gut. Da ist mir nicht aufgefallen. Ja. Also deswegen, und wenn mir halt Musik auffällt, dann finde ich sie halt entweder richtig gut oder halt eben richtig schlecht, und das hat Mertelmann jetzt ja vor zwei Jahren beide Extreme geschafft hat, finde ich bemerkenswert. Also, also ich, also du, ich, ich kann deine Kritik verstehen, äh, es ist halt so ein, ja, so eine, so eine, sag ich mal, äh, sehr typische Art von Musik für diese Art von Film, also die hörst du zum Beispiel auch bei Alessandro Desplat in, in, äh, hier, ähm, Imitation Game oder so. Ähm, äh, sie ist mir jetzt nicht direkt negativ aufgefallen, aber es ist halt ein sehr, ja, es, 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 es passt aber irgendwie generell in dieses, ist ganz böse formuliert Gefällige des Films, sag ich mal. Ja, ich finde es halt in der Hinsicht einfach nur schade, weil, und jetzt können wir mal vielleicht zum, zu dem Part im Jahre 88 kommen, nämlich, wenn es zu dieser TV-Show kommt, ähm, kurz erklärt, äh, er wird halt eben eingeladen in die TV-Show, und was er nicht weiß, dass in der ersten TV-Show, glaub ich, zwei oder drei Leute, die er gerettet hat, da sitzen, und die er dann nach 50 Jahren wieder sieht, und dann bei der zweiten Show ist das, ist das, ist das ganze Publikum besteht aus den Leuten, die er gerettet hat. Ja, da sind, äh, äh, als Anmerkung, ähm, in der Filmszene sind tatsächlich reale Überlebende sitzen dann, glaub ich, mit im Publikum, ne? Ja. Ah, nice. Ja, ähm, und das ist natürlich ein toller Moment, und der ist halt, im Original ist es ebenfalls sehr berührend, äh, genauso wie jetzt im Film, aber tatsächlich, ich finde halt, es hätte diese Musik halt nicht gebraucht. Ich finde, das ist schon so ein toller, bewegender Moment, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Figur, Nicholas Winton, äh, so da jetzt seine, ich nenne es mal, seine Absolute Zugehung bekommt, ja. Das ist so, so, ja, wenn man so will, ist, äh, jetzt, das ist ja sein Verdienst, ja, jetzt bekommt er die Belohnung für seine Mühen, ja, für die, für die ganzen Sachen, die er jetzt, äh, gemacht hat. Ähm, klingt jetzt ein bisschen falsch, zu sagen, das ist deine Belohnung, ähm, aber so kam es mir halt vor, ja, er, ähm, dass er ja endlich, äh, weil du ja auch schon gesagt hast, Dominik, dass er auch dieses, ja, dieses Stigma mit sich rumträgt, ich habe aber den nicht retten können, ich habe die nicht retten können, und jetzt halt aber seht, ja, aber ich habe Leute retten können, das ist eben auch viel wert. Und deswegen ist diese Szene eigentlich sehr, sehr schön, sie ist sogar, wie ich finde, ich habe mir heute nochmal die Originalaufnahmen angesehen, relativ nah dran, am Original, ähm, das Einzige, was ich, dass ich nicht wusste, ich wusste nicht, dass es zwei Aufzeichnungen gab, also, einmal, wo, glaube ich, nur ein oder zwei Überlebende dabei waren, und dann halt eben mit dem ganzen Publikum, das war mir jetzt tatsächlich noch. Ja, gab es auch wirklich beide, oder? Ja, ich meine ja. Ja, das, das, das ging ja, ging ja darauf zurück, dass die, also, die hatten ihn ja, äh, so oder so beim ersten Mal schon überrascht, aber ich glaube, das waren nur ein oder zwei Leute, die direkt neben ihm saßen, vorne im Publikum, ähm, und dann haben sich ja etliche, äh, äh, Nicky Children, oder Nicky's Childs, wie die sich ja, glaube ich, nennen bis heute, äh, hat auch wieder eine Parallele zu den Schindlerjuden irgendwo, ne, ähm, die haben sich dann ja, glaube ich, massenhaft bei dem TV-Sender gemeldet und dann gesagt, ja, hier, ich wurde auch gerettet, und ich, ich muss sagen, das war schon, das war schon eine schöne Szene, die dann natürlich, ja, mit Pathos dann irgendwie auch aufgeladen wird durch den Score, ich, ich, ich fand's, ich fand das Pathos okay, und es hielt sich noch in Grenzen bei dem Film, aber ich, ich verstehe schon, was sich daran genervt hat hin und wieder. Ja, ich fand an der Szene generell noch, auch schön, weil er hat ja, seitdem er diese Aktentasche dann in Anführungszeichen wiedergefunden hat, er wusste ja eigentlich schon die ganze Zeit, wo er sie auch aufbewahrt und so, aber dann misst er ja aus, wie du gerade schon gesagt hast, und da dann, äh, eben jetzt versucht auch, äh, auf Hinweisen von seiner Frau ja auch doch mal irgendwie vielleicht an die Öffentlichkeit zu gehen und versucht ja Wege, wie kann er das am besten machen und alles gefällt ihm ja immer nicht, und er ist ja schon wirklich sehr bescheiden und will sich da auch ja gar nicht in den Fokus rücken, aber will da dann doch auch die, ähm, Menschen, die, die er im Grunde gerettet hat, eher in den, äh, Fokus rücken. Ja, ja. Ja, da, äh, kann man dann ja auch, also die, die Schlussszene, die schlägt dann ja nochmal den Bogen zum Anfang mit seinem Swimmingpool zum Beispiel, ne, und dann den ganzen Leuten am Ende, da merkt man, da hat der schon irgendwo auch seinen Frieden damit gemacht, ne, also seinen Frieden mit den, mit den Schuldgefühlen und dass er, dass er endlich, äh, irgendwie öffnet, also, dass, dass in der Öffentlichkeit, äh, äh, also, dass er akzeptiert, dass, dass, dass er so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, ne, und, äh, da ist dann, glaube ich, auch diese Szene in der Talkshow sehr essentiell, weil da bekommen halt eben, also, ich, ich, ich sag jetzt nicht, die, die, der hat ja da dieses Tagebuch, wo er auch irgendwie Fotos von all den Kindern hat, die er hat, rüberschaffen können, äh, das heißt, die sind jetzt nicht völlig gesichtslos für ihn, aber die nach 50 Jahren dann wieder zu treffen und dann auch zu wissen, dass die jetzt ein gutes Leben haben und so, also, äh, da versteht man auch, dass der, also, da merkt man auch, da bricht der richtig auf, weil am Anfang hat der, also, ja gut, er jetzt nicht so, ich glaub, er seine Tochter, ne, hat so Bedenken, dass das eine total alberne Sendung ist, in die er sich da setzt, ne, dieses That's Life, ne, stimmt, ja, ähm, aber, äh, äh, weil das, aber, das war seine Frau, meine ich, oder? Diese, diese Lina Onan, als, äh, hier steht Greta Winton, das war seine Frau, oder? Nein, das, weil deine Tochter, weil deine Tochter ist doch schwanger, die ist doch kaum, stimmt, stimmt, ach, jetzt, jetzt hab ich ihn vertan, die Tochter hat den Film aber, glaub ich, mitproduziert, soweit ich weiß. Das, äh, kann sein. Ja, die stand nämlich im Abspann Winton, ja. Ja, die hat das, äh, ne, die hat eine Biografie geschrieben, ne, auf der der, das Grehbuch beruht. Ich muss ja auch dazu sagen, äh, dass der, dass der Link ist Winton ja auch wirklich sehr alt geworden ist. Oh, ja. Ich dachte immer so, der, der sieht ja auch wirklich im Originalaufnahmen auch sehr alt aus im Jahre 88, da dachte ich, okay, cool, hat er noch so zwei, drei Jahre, äh, seinen, seinen Ruhm genommen, aber der ist ja wirklich 106 Jahre alt geworden. Ja. Und wenn ich es richtig gelesen habe, hatte der auch das große Glück, dass der bis auf sein letztes Lebensjahr auch relativ gesund geblieben ist. Ja, der ist. Also, der hat's dann auch noch verdient, der ist auch tatsächlich erst 2015, glaub ich. Ja, und 2001 ist er, äh, zum Ritter geschlagen worden von Queen Elizabeth, ne. Und wurde sogar für den Nobelpreis vorgesehen. Genau. Aber es hat nicht geklappt. Ja, und das. Eine Frage, ähm, hätte ich noch an euch. Ähm, findet ihr, dass One Life wirklich ein Film ist über die Figur Nicholas Winton oder den Charakter oder die Persönlichkeit oder mehr über seine Geschichte oder was er geleistet hat? Ich, äh. Die Befrage. Sagen beides. Und er kriegt aber so diesen Balanceakt nicht so ganz hin, weil letzten Endes erfahren wir gar nicht so viel über ihn. Also, da gibt es ja einmal, äh, dieses Gespräch, was er da, glaub ich, mit einem Rabbiner hat, der von Samuel Finzi gespielt wird, nebenbei. Ja. Äh, äh, ich hab ihn auch erst so, so, äh, äh, sekundenweise erkannt. Und, ähm, da kommt dann mal kurz irgendwie zum Tragen. Ja, er sieht sich selber als, als Sozialist, aber irgendwie auch als Europäer, weil er ja irgendwie schon jüdische Wurzeln auch, glaub ich, hat, ne. Aber seine Familie, hatte ich jetzt gelesen, ist, glaub ich, vom Juden zum Christentum konvertiert. Aber das wird alles nur so ein bisschen angerissen. Also, es ist, es ist kein typisches Biopic, aber man hat dann eben halt diese zweite Ebene, wo er nochmal, ja, irgendwie zurückblickt und natürlich auch ein bisschen so von den Gewissensbissen der Vergangenheit eingeholt wird. Aber der Film, der versucht da eigentlich über diese zwei Zeitebenen so ein bisschen auch auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Und gerade in der ersten Hälfte, muss ich sagen, ähm, hatten wir ja schon erwähnt, Hopkins kommt da nicht so häufig vor. Aber ich fand diesen Wechsel zwischen den Zeitebenen nicht ganz so gelungen. Es wirkte auf mich manchmal fast ein bisschen willkürlich vom Schnitt her. Versteht ihr, was ich meine, oder? Ja, ja. Ich muss halt auch sagen, ich finde halt, er macht einen guten Job, die Geschichte zu erzählen. Also, worum geht es? Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich Nicholas Winton dann nachher irgendwie besser kennen würde oder besser verstehen würde. Das ist, wie du schon sagst, sind so zwei Hochzeiten, auf denen der Film tanzt. Und es ist kein, also er scheitert, er auf keinen der Hochzeiten, auf beiden Hochzeiten tanzt er gut. Aber auf beiden Hochzeiten wird er jetzt kein, von Joachim Nambi keine zehn von zehn Punkte bekommen. Das muss man so auszudrücken. Auf geht's. Er wird's machen, er wird's machen, auf TikTok. Ja, der Film ist gut, der Film ist gut, das ist, also das will ich nämlich nehmen. Aber ich frage mich auch, ob es vielleicht besser wäre, wenn man ihn ein bisschen anders erzählt hätte oder auch anders inszeniert. Denn der Regisseur James Horst, der hat hier ja sein, ich möchte sagen, Kino-Debüt gemacht. Der hat halt wirklich viele im britischen Fernsehen gemacht mit Slow Horses und Black Mirror, weil jeder Brite muss ja mal eine Folge mit Black Mirror. Und hat auch Fernsehfilme gedreht, aber das ist sein erster Kinofilm. Und um es ganz böse zu sagen, ich finde auch nicht, dass One Life so sehr nach Kino aussieht. Jetzt hab ich's gesagt, bam. Ja. Oh Herr. Ja, das habt ihr jetzt davon. Ich hatte mir extra noch aufgeschrieben, dass ich ihn eigentlich ganz gut inszeniert und gemacht finde. Auch die... Das kannst du jetzt streichen, ich hab das Gegenteil gemacht. Er ist ja auch gut inszeniert. Auch die Ausstattung und so, fand ich auch, gerade dass diese Zeitsprünge dann halt, fand ich ganz gut eingefangen eigentlich in den beiden verschiedenen Zeiten. Da hatte mich jetzt ehrlich gesagt wenig, eigentlich nicht wirklich was gestört. Also er ist halt, um es ganz böses zu sagen, er ist halt so standardisiert inszeniert. Ja. 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 Er ist absolut, bedient sich denke ich so an allen, er macht nichts Neues, ne, würde ich sagen. Er bedient sich ja an allem, was man kennt, da braucht man jetzt keine irgendwelche Überraschungen im Storytelling oder irgendwelche anderen Aha-Momente erwarten. Es ist halt genau das, was man, wie man eine Geschichte erzählen kann, kennt. Und ich bin da auch bei dir, Stu, dass man von dem Charakter Niklas Winton eigentlich relativ wenig erfährt. Auch im Grunde haben wir ja einen 50-Jahre-Gap, in dem wir ja gar nicht wissen, was überhaupt sein Leben gewesen ist, ne. Sondern es geht dann schon eher um die Geschichte. Auf der anderen Seite ist das aber vielleicht auch etwas, was so ein bisschen auch, ja, seine Persönlichkeit widerspiegelt, ne. Von wegen, dass gar nicht mal viel gewesen um ihn als Persona gemacht wird, sondern dass eben das in den Vordergrund gestellt wird, was er geleistet hat. Und das muss ich sagen, das wird auch mit dem nötigen Respekt und auch wirklich sehr würdevoll herübergebracht, das muss man sagen. Es liegt aber größtenteils auch an Anthony Hopkins. Ja, ich denke, das ist auch was, was man selber, also ich fand das jetzt auch nicht negativ, für sich entscheiden muss, was einem da mehr gefällt. Ob man lieber noch mehr über die Persönlichkeit wissen wollte, dann muss man vielleicht die Biografie lesen oder so. Aber ja, also ich fand das okay. Wie gesagt, der Film weiß immerhin, finde ich, was er sein will und die Geschichte erzählt er. Manuel, hast du auf deiner Liste noch irgendwelche anderen positiven Punkte, die ich mit Dominik zusammen niederreden kann? Nee, ich hatte dem Film im Grunde einfach so einen Extrapunkt wahrscheinlich schon in meiner Bewertung gegeben, weil ich einfach die Geschichte so beeindruckend fand und das immer wieder toll finde, auch von so positiven Geschichten in so negativen Ereignissen zu hören. Und auch gerade, was ja schon angesprochen wurde in der heutigen Zeit und ich hoffe, dass ihr mir den Punkt ja wohl nicht niederreden wollt, oder? Heute nicht. Könnte ich schon machen, aber das würde mir nicht gut tun, glaube ich dann. Deswegen, ja, lasse ich dir das mal. Na gut, danke. Ausdachsweise. Ja. Okay, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zu One Life, außer euer Fazit? Äh, soweit nix mehr, nein. Ich auch nicht. Gut, dann ist jetzt Fazitzeit und Dominik, du machst mal den Anfang bitte. Ach Gott, es war so klar, ja, One Life. Manuel, du machst mal den Anfang bitte. Hey, ich habe schon den Plot gemacht. Ich fange mal einfach an. Was ist denn hier los, ey? Also, ähm, ich fand, das war ein wirklich guter Film, ähm, wie gesagt, er hat seine Federchen, die Musik fand ich wirklich störend, nichtsdestotrotz hat er mich wirklich, äh, bewegt und damit meine ich nicht nur ins Kino und wieder zurück, sondern auch wirklich emotional. Anthony Hopkins macht einen sehr guten Job, Johnny Flynn macht einen guten Job. Ist das ein Film, an den ich mich am Ende des Jahres zurückerinnern werde? Vermutlich nicht, aber es war trotzdem ein, ja, eine schöne Zeit im Kino, eine sehr emotionale Zeit im Kino. Und die Geschichte ist auf jeden Fall mehr als stark und interessant genug, dass sie einen Film verdient hätte. Hier ist er nun also, äh, das Ergebnis ist sehr gut. Das wäre mein Fazit. So, und jetzt dürft ihr euch gerne darum kloppen, wer jetzt als nächstes kommt. Ja, ich komm, Manuel ist... Schere, Stern, Papier. Let's go. Nein, fang an. Nein, nein. Äh, ja, äh, long story short, äh, ich, ach Gott, mir tut das echt so leid. Ich klinge immer sehr viel negativer, als ich möchte, weil ich fand den, äh, insgesamt doch, ich fand den vor allem eigentlich auch relativ kurzweilig, auch bewegend, wirklich gut gespielt. Auch wenn jetzt nicht alle so vom Cast so, äh, ja, so sehr zur Geltung kam, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber nichtsdestotrotz ist es ein sehenswerter Film, äh, der, äh, in meinen Augen halt vor allem darunter leidet, dass er, ja, letzten Endes ein Publikum bedient, was, äh, ja, auch so ein bisschen eigentlich sich in diese Komfortzone setzt. Also der Film selber sitzt in der Komfortzone und holt eigentlich dann so sein, sein Publikum mit hinein, ohne das jetzt irgendwie groß zu fordern. Äh, und, ja, man kann sich ihn dennoch ansehen, äh, ob man das jetzt unbedingt im Kino muss, sei mal dahingestellt. Aber, äh, macht man auf jeden Fall nichts falsch mit, in meinen Augen. Ja, ich würde sagen, kann man gerne ins Kino reingehen, ähm, und danach fühlt man sich wahrscheinlich, als, äh, würde man viel zu wenig tun in der Welt und der Welt zu helfen. Denn der Mann hat einfach so viel gemacht und glaubt immer noch nicht, dass er genug getan hat. Äh, ich weiß nicht, was man noch tun soll. Und wenn, äh, wenn man mit dem Gefühl rausgeht, dann, äh, ist das, glaube ich, okay. Ich kann sonst sehr viel vom Stu einfach und von euch unterschreiben. Äh, mir hat er sehr gut gefallen. Und ich bin jetzt nicht so anfällig gewesen auf, äh, besagte Filmmusik, aber, ähm, der Rest, auch das Setting und so weiter. Und es war einfach eine schöne Geschichte. Man konnte sich schon auch so ein bisschen am Anfang vielleicht nicht schockiert, aber war man halt so ein bisschen bedrückt dann über das ganze Szenario. Aber mit der schönen, in Anführungszeichen, Auflösung am Ende in der TV-Show war das schon, äh, eine runde Sache, äh, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann. Vielen Dank. Jetzt kommt eine geschmacklose Überleitung. Niklas, unten hat viel Gutes getan. Wenn ihr dem Telestoppisch was Gutes tun wollt, dann, ja, 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 ne, darauf hab ich gewartet. Nein, äh, uns gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt und auf ganz vielen dieser Seiten könnt ihr auch Wertungen dalassen. Und wenn ihr eine positive Bewertung dalasst, am liebsten natürlich die volle Punktzahl, dann könnt ihr das gerne tun, weil wir es verdient haben, sagen wir mal so weit, sind wir einfach ehrlich, ja? Da sind wir mal so bescheiden. Genau. Bei Apple Podcast könnt ihr, glaube ich, auch eine Rezension schreiben, wenn ich, wenn ich glaube, oder ist das noch so? Ich bin, ja, da könnt ihr auch sagen, die Stammtisch sind die geilsten. Bei Spotify kann man eine Bewertung vergeben, glaube ich, ne? Ja. Genau. Also ihr seht schon, wir wissen, worüber wir reden. Wir sind Profis, hallo. Ja. Ansonsten verweise ich immer wieder gerne auf unsere Webseite tele-stammtisch.de, da findet ihr auch unsere Podcast und, äh, auch noch anderes Zeug. Wir machen ja auch noch Comics-Sachen, äh, anscheinend. Wie gesagt, ich bin mal wach. Ich weiß, was der Tele-Stammtisch macht. Ansonsten passe ich jetzt besser auf und, äh, bin klug und sag einfach nur noch auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Dann sagt der Dom-Tschüss und dem Manu gebührt das letzte Wort. Tschüss. Dankeschön fürs Zuhören. Ciao, ciao. Wir sind raus. Bis nächstes Mal. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.